Ein schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter vor acht. Kräftige Gewitter und vor allem Starkregengüsse prägten das Wetter in vielen Regionen Deutschlands heute Nachmittag. Und auch jetzt noch ganz aktuell, das sind die beiden regenreichsten Orte am heutigen Tage gewesen. Zum einen St. Egidien in Sachsen und zwar ist das im Landkreis Zwickau gelegen mit 46 Litern pro Quadratmeter und in Heidenheim an der Brenz in Baden-Württemberg, da gab es 45 Liter pro Quadratmeter. Das Ganze ist noch nicht ausgestanden, deshalb schauen wir direkt auf die Regenradarbilder. Und da sehen wir eigentlich so zwei Zentren. Zum einen in der Mitte, so von Hessen über Thüringen bis ins nördliche Franken hinein. Gibt es verbreitet dort, wo diese roten Punkte sind, gerade aktuell etliche Gewitterzellen und Starkregengüsse. Und zum anderen ganz im Süden, Baden-Württemberg, das zieht hier am Alpenrand entlang Richtung Bayern. Aber auch in Niedersachsen gibt es hier eine Region, in der es aktuell regnet. Auch noch in Ostwestfalen-Lippe, im nördlichen Teil davon, auch dort fällt noch etwas Regen. Also wir haben es auf jeden Fall heute mal wieder mit Regenschauern zu tun, die aber eben örtlich kräftiger ausgefallen sind. Schauen wir nach vorn, mithilfe des Wettervorschaufilms, dann sehen wir, dass sich diese Wolken langsam wegdrehen. Dann gibt es eine kleine Pause. Zum Sonntag, Montag kommen aber hier vom Atlantik nächste Wolken heran. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir weiterhin im Einflussbereich von sommerlich warmer Luft verbleiben. Und das wird sich sogar noch ändern. Ab nächster Woche Mittwoch oder mit Dienstag Mittwoch werden die Temperaturen ansteigen. Und es wird eine neue Hitzewelle auf uns zukommen. Temperaturen im Bereich 32 bis möglicherweise 36 Grad sind aus heutiger Sicht zu erwarten. In den nächsten Tagen wird sich das noch besser herauskristallisieren. Es wird auf jeden Fall hochsommerlich warm nächste Woche. Heute Nacht weitere Schauer und Gewitter, vor allem in der ersten Nachthälfte auf die Schiene. Und die rutschen dann langsam weiter. Aber auch in der zweiten Nachthälfte wird es vor allem so von Sachsen bis in den Osten Bayerns weitere Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen gehen nachts zurück auf Werte zwischen 13 und 17 Grad. In Dresden rund 18 Grad. Morgen Vormittag starten wir vor allem im Westen und Norden mit viel Sonnenschein und Kleinwolken. Aber wir konzentrieren uns auf diese Regenwolken. Schon am Vormittag neue Schauer und Gewitter vom Bayerischen Wald übers Fichtelgebirge bis zum Osten Sachsens. Vor allem im Osten Sachsens kann es unmittelbar an der Neiße durchaus auch kräftiger regnen am Vormittag. Und dieser Regen zieht sich bis nach Niedersachsen. Und das ist auch die Schiene für den Nachmittag. Also von Niedersachsen zum Teil Schleswig-Holstein bis nach Bayern hinunter. Auf dieser Diagonale erwarten wir dann am Nachmittag erneut Schauergewitter, die, das zeigt das Achtungszeichen, auch kräftiger ausfallen können. Die Temperaturen erreichen oftmals sommerliche Werte um rund 25 Grad. Im Südwesten bis zu 30 Grad. Der Wind weht dazu meistens aus westlichen, nordwestlichen Richtungen und auch nur schwach. Die weiteren Aussichten. Am Sonntag etwas Regen im Nordwesten. Der Montag bringt dann neue Schauer und Gewitter im Norden und in der Mitte bei langsam weiter steigenden Temperaturen. Ihnen noch einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017